Herzlich willkommen hier zurück auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Bojan Besinger und in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du mehr Spiele im Tischtennis gewinnen kannst. Okay, lass uns gleich beginnen mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist mit dem Kopf durch die Wand. Was bedeutet das eigentlich? Natürlich. Ja, wir wollen jetzt halt nicht einfach drauf losspielen und auf jeden Schlag komplett draufhauen. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber was ich damit meine ist, dass du deine Spielstrategie zu Beginn des Matches erstmal versuchst, den Gegner aufzudrücken. Denn was wir nicht wollen, ist eben, dass du dich dem Gegner anpasst und schaust, okay, wie spielt der Gegner eigentlich und wie reagiere ich darauf, sondern im Optimalfall muss der Gegner auf deine Schläge reagieren, auf das, was du magst. Natürlich, wenn du den Gegner schon kennst und du siehst, okay, der spielt vielleicht Noppen oder er spielt das Linkshänder oder hat sonst irgendwelche komischen Techniken, die er spielt, dann natürlich am besten zu Beginn deine Spielstrategie schon einbauen, aber wichtig, versuch selber zum Punktgewinn zu kommen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du super schnell spielen musst oder auf jeden Fall angreifen musst, sondern es ist wichtig, dass du deine Spielstrategie dem Gegner so ein bisschen aufdrückst und du kannst im Laufe des Spiels dich immer noch dem Gegner anpassen. Aber gerade zu Beginn des Spiels drück dem Gegner deine Strategie auf und dann wirst du auch merken, dass du einfach ein anderes Selbstvertrauen noch hast für dein eigenes Spiel langfristig. Und wie gesagt, die Spielstrategie kannst du immer noch im Laufe des Matches anpassen, wenn du merkst, irgendwas klappt nicht so gut. Tipp Nummer zwei ist, habe gute Ausschläge und weiß, was danach zurückkommt. Ganz wichtig, im Tischten ist es so, es ist super gut, wenn du gefährliche Ausschläge hast. Denn die meisten Spieler haben Probleme mit dem Rückschlag. Das würde jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen, wie du am besten irgendwie einen Rückschlag spielen kannst. Das machen wir in unseren Trainings, da kannst du gerne mal vorbeischauen auf www.wollinbesinger.de. Aber ganz wichtig, habe selber gute Ausschläge. Und im Optimalfall ist ein guter Ausschlag, er erfüllt zwei Komponenten. Das ist einmal, dass du damit entweder direkt zum Punktgewinn kommst oder, oder am besten und, danach gut weiterspielen kannst. Hast du vielleicht bei den Profis auch schon gemerkt, dass da wenig Rückschlagfehler direkt kommen. Sondern was da oft passiert ist eben, die Spieler machen einen guten Ausschlag und wissen danach, wo kommt der nächste Ball hin. Oder hoffen, dass der Ball an eine gewünschte Position kommt, um danach weiterspielen zu können. Und genau so solltest du es auch machen. Das heißt, einmal sollten deine Ausschläge gefährlich sein, dass du gerne ab und zu, auf deinem Niveau auch wahrscheinlich, absolut möglich, oftmals zum Punktgewinn kommen kannst. Aber auch, wenn der Ball zurückkommt, dass du danach quasi dein Spiel aufbauen kannst. Weil dafür brauchst du, um einen guten Ausschlag zu haben, brauchst du nicht den gefährlichsten Topspin. Der muss nicht super schnell sein. Du musst auch gar nicht unbedingt jeden Ball im Laufe des Ballwechsels gut platzieren können. Sondern das Einzige, was du brauchst, ist gute Ausschläge. Und das Ganze kannst du eben trainieren, ohne einen Partner zu haben. Sondern dann kannst du dich da einfach in der Halle danach, davor, zu Hause, wo auch immer hinstellen, um die Ausschläge zu trainieren. Und ganz wichtig, die Ausschläge sollten einfach auch zu deinem Spielsystem passen. Wenn du zum Beispiel nicht so gut auf Unterschnitt anziehen kannst, dann mach weniger Unterschnitt-Ausschläge, sondern eher vielleicht Seitschnitt oder Überschnitt. Aber dazu können wir dann auch nochmal gerne an anderer Stelle sprechen. Und Tipp Nummer 3 ist, denke von Punkt zu Punkt. Klingt relativ simpel, aber gerade im Tischten ist es so, wir rennen oftmals relativ leicht einer Führung hinterher, so einen Rückstand. Oder wir führen hoch und denken, okay, alles klar, der Satz, der ist ja schon vorbei, das Match habe ich gewonnen. Aber im Tischten ist, kann es das Ganze relativ schnell ändern. Wir haben ja gerade über das Thema Ausschläge gesprochen. Wenn du zum Beispiel zwei gute Ausschläge machst, oder dein Gegner macht zwei gute Ausschläge, zwei gute Rückschläge, dann steht es statt 6-2 vielleicht auf einmal 6-6 und das Ganze ist super ausgeglichen. Oder selbst nach einem 8-2 steht es auf einmal 8-6, wenn auf einmal vier Punkte gemacht werden. Und dann hat dein Gegner vielleicht wieder Ausschlag. Und dann ist es auf einmal sehr, sehr knapp, also es kann im Tischten sehr, sehr schnell so sein, dass du eben hochführst oder einen hohen Rückstand hinterherläufst und dann das Ganze wieder aufgeholt wird. Und deswegen ganz wichtig, denke von Punkt zu Punkt. Es gibt einen Spieler, der heißt Riosong Min, kennst du vielleicht, der wurde auch Olympiasieger. Und der hat sehr immer gesagt, im Olympia-Finale hat er hochgeführt. Und dann hat er schon dann gedacht, okay, alles klar, ich werde Olympiasieger. Und da hat er gemeint, okay, dann ist das Ganze ihm so ein bisschen eigentlich, ja, davon geglitten, das Spiel. Und er hat es fast noch verloren und er hat gesagt, okay, das hätte ich nie mir selbst verzeihen können. Nur wegen diesem einen Gedanken, dass ich da quasi nicht von Punkt zu Punkt gedacht habe, sondern eben schon an das Ende vom Match. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, versuch wirklich beim Spiel immer dabei zu bleiben, von Punkt zu Punkt zu denken. Ja, versuch deine Gedanken zu kontrollieren. Ja, da können wir dir gerne auch natürlich dabei helfen, wie du das Ganze machen kannst. Aber wichtig, ja, versuch da nicht zu schnell abzuschließen. Denn das kannst du dir vorstellen, wie so ein bisschen, wie bei den Würfel, ja, im Endeffekt spielt es für den Würfel nicht so eine Rolle, was du, wenn du dir eine Zahl würfelst, was du auch vorgewürfelt hast. Ja, und im Tischtennis genauso. Egal, ob du vorher den Punkt gemacht hast oder verloren hast, es ist im Endeffekt völlig egal. Natürlich gibt es statistisch gesehen, ja, so ein bisschen Indiz, wer als nächstes den Punkt macht oder wer, was für eine Zahl als nächstes gewürfelt wird. Aber im Endeffekt für diesen einen Punkt oder für diesen einmal würfeln ist es völlig egal. Und genauso, diese Metapher kannst du so ein bisschen auf Tischtennis übertragen. Und wie gesagt, wenn wir dir dabei helfen sollen, melde dich gerne mal bei uns. Ja, wir haben noch viele weitere Tipps, um dich im Tischtennis erfolgreich zu machen. Falls dir diese drei Tipps schon mal weitergeholfen haben, dann, ja, gib gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Dann kannst du gerne die nächsten Videos auch verfolgen. Und da freue ich mich, von dir zu hören. Alles Gute für dein Spiel und hau die Gegner weg. Bis dann, dein William Wesinger.